Was ist denn los? Es ist geschrieben, du brauchst Hilfe. Was? Alleine kann man keine Drachen steigen lassen. Und jetzt ist er ganz weit oben im Baum hängen geblieben. Ich hoffe, du verzeihst mir meine kleine Notlüge. Ich möchte Zeit mit dir verbringen. Wir müssen auch gar nicht reden. Dann solltest du Petos aber auch eine SMS schreiben. Wir könnten noch ein bisschen Wind gebrauchen. Ich will mit dir einen Drachen bauen. Mit dir einen Drachen bauen. Für sowas hast du niemals Zeit. Ich will mit dir einen Drachen bauen. Mit dir einen Drachen bauen. Denn ein gekaufter Drachen Blüht Nicht mal halb so weit Nichts G violated Leben Nein 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 Ich werde